Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippels. Ich bin gerade auf dem Weg zur Retroverse und danach zur neuen Connected. Ich glaube die sechste ist es. Schaue ich mich mal um, kaufe gleich ein bisschen ein und werde in der ganze Menge gezocken. So, jetzt war ich gerade bei der Post und habe ein Paketabbruch geholt. Das ist natürlich auch noch ein Highlight des Tages. Die Circuitboard Kiste ist da, sie ist angekommen. Den Inhalt werde ich gleich auf der Retroverse verticken. So, hier geht es nun also los mit der Retroverse. Ich bin angekommen. Wundert euch nicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Und deswegen werde ich jetzt auch gar nicht so ganz furchtbar viel erzählen. Das bietet sich ja bei solchen Rundgängen über Börsen und Treffen sowieso an, dass ihr einfach nur ein bisschen Zähnluft schnuppern könnt und euch berieseln lasst und vielleicht ja auch Mut fasst oder auf die Idee kommt, selber mal auf eine solche Börse oder auf ein solches Treffen zu gehen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das hier waren gerade Vampy und Waldmeister 87. Und ja, jetzt laufe ich also mal über die Retroverse in Hamburg. Okay. Das hier war das. Das war's für heute. Das ist ein krasses Teil. Aber schön lackiert. Ja, ehrlich? Ja. Wie lackiert? Achso! Nein, das sieht ja cool aus. Ja, das ist auch cool. Hey, die kenn ich ja irgendwo ja, die Klasse. Das ist immer so cool, weil es ist sehr, sehr, sehr breit. Und viele Systeme drin. So einseitig. Ja, schön ist gut. Ja, fand ich auch. Was filmst du das jetzt? Was machst du jetzt mit dem Material? Für einen Retrosnippet. Achso, du bist ja. Das ist immer noch eine Karrobrille drauf. Die erste Retrosnippe ist dann schießen. Ah, jetzt fehlt der Schmuh hier. Schmuh-Patron vom Publikum. Und dann kannst du auch umschalten, dass du jetzt die Bewegungssteuerung kannst. Ne, 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 ne. Guck mal, guck mal. Ja, genau. Um? Ja. Was war das denn? So hochgesprungen? Ich würde das nur gut gehen, aber auch nicht. Ja, eigentlich wollte er hier tatsächlich nur das Moon Patrol Modul haben. Wurde dann aber verknackt, gleich mal das Nunjoy auszuprobieren, was Bewegungssteuerung am Atari XL ermöglicht. Achso, und dann muss ich nach links bewegen, sodass es langsamer wird. Genau. Ich schalte mal zurück. Wir sind die vom Club, genau. Wir sind die vom Club, genau. Jemand tut, dass er mal was sagt. Ich wollte die Sprachausgabe hören. Dürfte dann das größte Atari XL-Spiel der Welt sein, oder? Tja, um die Sprachausgabe mit rein zu quetschen, ist es nämlich immerhin ein Megabyte groß und wird deswegen von ziemlich großen Modulen gestartet. Wir machen nun drei weiter. foolern sieisch. 他的woman will also bewegen, oder? Aber da colours corporations sehr stark mit auf existeischen Begriff. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das erinnert ein bisschen an Test Drive 2. Der gleicher Entwickler. Oder Road Crash, das hab ich auch mit, das ist ganz lustig. Motorradrennen, der Gesetzlose. Mach doch mal lauter, dass ich auch was höre vom Spiel. Na gut, dann muss es reichen. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt da irgendwo noch eine Fernbedingung drin. Muss jetzt mal so gehen. Muss jetzt mal so gehen. Das war natürlich auch damals so der letzte Schrei. Oder mal so Videosequenzen da drin. Ich fürchte, diese Grobpixeligkeit wird auf dem Video nicht mehr ganz so zu erkennen sein. Schade eigentlich. Hier kann ich Strecke wählen. Das ist auch so original wie bei Test Drive 2. Ich glaub das ist sogar der gleiche Fuhrpark. Ferrari Testarossa und Lamborghini. Hast du nicht gesehen. Hier in Hüttersen plötzlich wieder der Schnee. In Hamburg war gar nichts. Ich hab irgendwie halb Stunde geproft in Wilhelmsburg bis A23. Aber auch nichts. Tim, wie heißt das? Ist das auch schon so ein ich geb Gas, ich will Spaß? Oder ist das noch so... Es ist deutlich realistischer als die nachfolgende Teile. Es ist vergleichbar mit Test Drive 2. Das kennst du ja sicherlich auch. Ja, grob. Es ist auch der gleiche Entwickler, sag ich schon. Diskriminative Software oder so. Es gibt eben auch... recht realistischen Touches. Ganz witzig gemacht. Ganz andere Optik als die späteren Spiele, die da auf der Station ausmachen. Ja. Okay, also der Geschwindigkeitsrausch ist jetzt noch nicht so ganz... Nein, nein. Es ist überhaupt nicht... Es ist nicht vergleichbar mit den Nachfolgeteilen von Full Speed. Das ist ja doch mehr... à la The Fast and the Furious. Ja, genau. Das ist halt ein bisschen gemütlicher. Verdammt. Spinning. Die Cockpit Perspektive ist natürlich auch ganz nett. Und das ist auch... Ich glaube, das Cockpit haben sie original aus Test Drive 2 übernommen. Jeder Wagen hat, glaube ich, auch schon seinen eigenen Motoren-Sound. Ein eigenes Armaturenbrett. Wissen Sie, da hast du nur losgapft. Was ist denn das Griff? Ähm... Dieses FZ1, meine ich... Das kommt auch... Das kommt auch... Das kommt auch... Ja, aber das ist, äh... Illusorisch, nicht wahr? Ja, gut. So fort, ne? Okay. Ja, genau. Wenn du... Wenn du über das Ding rüber gelaufen bist... Äh... Das ist es. Du wirst es gleich sehen, genau. Aber das wird... RGB-Kabel dafür bestellt, die fertig ist. Mir war das so doof, da zu suchen und zu lösen. Das fängt auch nicht so teuer, wie gesagt. Also du darfst halt... Du darfst nicht oben gegenkommen. Ja. Ne? Wenn du oben jetzt ankommst, bist du tot. So, jetzt bist du drauf gegangen. Du musst halt immer wieder springen, bevor du nach oben landest. Und... Du darfst auch nicht halt ins Leere fallen. Also jetzt nicht so. Ja. Das geht auch nicht. Ja. Das... Das ist ganz witzig, ne? Das geht auch nicht. Das ist richtig geil. Und dann kannst du auch zwischendurch noch Sachen einsammeln, auch Luftballons, dass du langsamer fliegen kannst und so. Ja, das ist ja eine Tiva. Ja, das ist ja eine Tiva. Das ist ja eine Tiva. Muss auch was, ne? Achso. Achso, ja. 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 Ich hab noch keinen Platz gefunden, dass wir jetzt noch mal wieder so ein Schreien da. Ich hab jetzt längstens schon so ein Regal, das ist besorgt, also das ganze... Das ganze Regal ist so ein... Das ganze Regal ist so ein bisschen... Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das gab's auf dem Amiga so nicht. Auch nicht mit der Musik. Stimmt, ja. Richtig. Okay. Ja. 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 speichert er, schreibt da irgendwie Testdaten ins RAM und lässt den hinterher wieder aus um zu gucken, ob die alle korrekt sind. Hier zeigt Ikari sein neues SD-Modul für das Super Nintendo. Und hier wird die Konkurrenz begutachtet, nämlich das Super Everdrive. Das heißt aber nicht, dass er rausgeht. Ja, 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 na klar. Dafür habe ich das grobschleckige Werkzeug. Du gehst eben im Föhnball, wupp, ist er ab. Hä, was macht er denn da? Wer macht das Föhn? Ach jetzt, 2100, dann geht doch das Bild raus. Das ist ja genau die richtige Konstellation. Das ist nicht von mir. Das Board? Ja. Das ist ja von Quicks. Das ist ja ein Everdrive. Kreatur! Sie ist ein Kanal rüber. Das sind Gerüchte. Ja, aber... Ja, Gerüchte. Weil auch meiner von hier zurückgekehrt ist. Nein, krachsam! Ja. 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 Ja, kaum bis dahin. Ja, naja, ja. Nein, das war eine Runde. Das ist schon mal ganz schön. Ich hab doch mal was hinter ihm beschissen. Ich hab doch mal was hinter ihm geschossen. So, ja. Du bist in der Nähe. Du bist in der Nähe. Du bist in der Nähe. Das ist in der Nähe. Also, viele Sachen gehen. Wie sieht es aus mit Tekken? Von wann ist das Spiel? Was ist das überhaupt? Was ist das, was ich hier... Dragon Blaze, genau. Ich glaube, für PS2 gibt es den Topic auch. Was? Gibt es noch ein Splitscreen? Ja. Machen wir mal zu zweit? Ja. Aber mit Ideallinie ist ja gecheatet. Ich darf keinen Abend nehmen. Anonymer Spender, ne? Ja. Ja, nicht schlecht, voll. Ja, ne? Ja, ne? Ja, das geht ganz freundlich. Schönen Schuss. Was sagt der? Ja, kommst du das doch für... schon die musik macht doch irgendwie nicht an oder die leiter so ein bisschen schlimmer aber die grafik ist zumindest das bild sieht man ja das stimmt ja aber nee genau ich weiß ich glaube ich will es gar nicht in bewegung sehen ich habe den 6 weiß gescheid ja weiß auch nicht ja wirklich schön oh ja und auf dem 1200er der schämt sich doch die kleine naja das lief auf dem 500er genauso das sind wohl schlecht so imposant im hinteren stein im arschgeheuer ja krass ey grausam gibt es das auch als C64 Version? ich glaube nicht besser ja aber keine ahnung ja also alles gut Siegel gebrochen aber es ist alles eigentlich aus als Beweis ja schön schön so die Musik ist nochmals bei der vor der Häuber hier und in 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 Die Lärmung hat den Raum erst richtig gemütlich. Das ist auch ein paar Kölscher. Das ist ok. Ich hab ein paar Tracer-Spieler. Das ist auch ein paar Kölscher. Es fängt auch damit an, so die Filme, und dann haben wir jetzt noch die Eichhine. Ich glaube, es ist mein Leiter, dass jeder Tracer-Spieler am Anfang alleine war. Und dann macht's das Ja. 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 Das war's für heute. Das ist auch eine Waffe. Das ist egal. Aber Event Horizon? Eben. Komm mal auf. So, jetzt in der Fülle so nachts so. Hier und Wappeln. Spezialkamera, die kann die Zutaten und die Gain-Motoren leicht erkennen. Ja, aber vielleicht muss ich dann gegen den Spitzen. Nach der Analyse hier. Jo, das sieht gut aus. Ja, der wollte nicht. Sascha, ich wollte dann sagen, komm, ich wollte raus. Geh. Das ist ja wieder mal. Ähm. 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 Schnelldruck von der Qualität. Das ist ja klasse. Ja, in der PC Engine Version von Galaga 88 ist mir ein ziemlicher Run gelungen. Soweit war ich nicht mal annähernd vorher. Ähm. Tja. Mein neuer Highscore in Galaga 88. Tom Fubors, äh. Direkte Herausforderung an dich. Höhö. Ammer. Guck. 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 Wir waren halt schon weg von dersträrenden Geschichte. Wie sch peril. Die sind unterschiedlich weit weg dann. Kommt drauf an, wo du stehen bleibst. Nein, sie verpasst. Die Chance hat es. Und je dichter das kommt, desto besser, desto... Du musst dann hier auch einen Schlitz reinschießen, damit du das viel abschießen kannst. Ich hätte es noch ein bisschen weiter runterziehen lassen. Das sind 10.000 Punkte, die das sind. Und weil du es dann spannender gemacht hast, oder was? Alle gleichmäßig fast runterziehen. Tja, das war es von der Connected. Es gab wie immer viel zu sehen und viel zu zocken. Man setzt sich einfach irgendwo mit dazu und spielt los und unterhält sich und tauscht sich aus. Also eine ganz lohnende Veranstaltung. Ja, und dann nochmal zur Circuitboard-Kiste, die ich ja am Anfang abgeholt hatte. Das ist so eine Aktion, die machen wir gerade im Circuitboard. Da kam jemand namens Nixitubes auf die Idee, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eine Kiste voll zu propfen mit Retro-Kram und die einfach mal auf die... und auch nicht Retro-Kram, auch neuem Kram, die loszuschicken. Und da hat sich eine riesenlange Liste gebildet. Jeder nimmt sich was raus und packt wieder was Ähnliches rein. So ein bisschen wie Geo-Cachen ohne Geo. Also nur Cachen mit DHL. Und ja, damit die Überraschung nicht allzu sehr verdorben wird, habe ich das hier alles, hehehe, Schlingel, der ich bin, ein bisschen verdödelt. Dass das hier eine Masters-Kassette ist, hat aber jeder erkannt. Tja, soweit dazu. Dann bis zur nächsten Folge Retro-Snippels. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss und schöne Weihnachten.